Moin moin, ihr linksversifften Vollpfosten. Weißt du eigentlich, was dein Chefredakteur, was der nachts für Texte schreibt an junge Mitarbeiterinnen? Ich will, dass das aufhört und dass der mich in Ruhe lässt. Aber ich will auch meinen Job nicht verlieren. Ist unangenehm, wenn es stimmt. Das klingt für mich erstmal sehr spannend. Gut aussehen, lächeln, nicht ernst genommen werden, drüber wegkommen, einsacken, was sie bringt. Ihr labert doch immer von Frauen in Führungspositionen. Einen Namen haben wir auch schon für unsere Spezialein heißen. Echt? Pink Tank. Weißt du, es ist ja nicht nur schlimm, wenn alle drumherum so tun, als ob sie nichts davon mitgekriegt hätten, sagte Sophia. Fast noch schlimmer ist ja, wenn man es als Opfer nicht mal selber mitkriegt, also dass man eins ist. Es ist ein so absolut verfickter Albtraum alles. Fast noch schlimmer ist ja. Vielen Dank.